1 Mose Kapitel 33 Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er teilte seine Kinder zu Lea und Rahel und zu den beiden Mägden. Und stellte die Mägde mit ihren Kindern vor Nean und Lea mit ihren Kindern hernach und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und er hob seine Augen auf und sah die Weiber mit den Kindern und sprach, wer sind diese bei dir? Er antwortete, es sind Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Danach trat Josef und Rahel herzu und neigten sich auch vor ihm. Und er sprach, was willst du mit all dem Heere, dem ich begegnet bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach, ich habe genug, mein Bruder, behalte was du hast. Jakob antwortete, ach, nicht. Habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, denn ich sah dein Angelsicht, als sehe ich Gottes Angelsicht, und lass dir's wohl gefallen von mir. Nimm doch den Segen von mir an, den ich dir zugebracht habe, denn Gott hat mir's beschert, und ich habe alles genug. Also nötigte er ihm, dass er's nahm. Und er sprach, lass uns vorziehen und reisen, ich will mit dir ziehen. Er aber sprach zu ihm, mein Herr, du erkennest, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säubende Schafe und Kühe, wenn sie einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe vor seinem Knechte hin. Ich will bemächtlich hinter nach treiben, nachdem das Vieh und die Kinder gehen können, bis dass ich komme zu meinem Herrn nach Seire. Esau sprach, so will ich doch etliche bei dir lassen vom Volk, das mit mir ist. Er antwortete, was ist's von Nöten? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden. Also zog des Tages Esau wiederum seines Weges den Seire. Und Jakob zog den Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh hütten, daher heißt die Städte Sukkot. Danach zog Jakob mit Frieden zu der Stadt Sichems, die im Lande Kananik, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und machte sein Lager vor der Stadt. Und kaufte ein Stück Acker von den Kindern Jemos, des Vaters Sichems, und hundert Bruschen, daselbst richtete er seine Hütte auf. Und er richtete daselbst einen Altar zu und rief an den Namen des starken Gottes Israels. 권 oufis Taco